Willkommen zurück meine Freunde zu Let's Play Superman 64, ich bin Dway Defer und wir befinden uns immer noch im letzten Level. Haben hier gerade dieses kleine Teil aufgesammert, wir werden jetzt noch mal die Reward-Wiesen und uns Medi holen und dann geht's auch schon weiter zurück, wenn sich Superman zerschein wird zu kooperieren. So und, hier sollte jetzt irgendein Computer an sein, irgendein Rade, Zugang zum Sun-Long wert, yeah, jetzt sieht es aus, wunderte Technik, Superman zerstört Computer, wer hätte erwartet? So und, wenn wir jetzt hier in die Pannerung wieder sind, dann gehen wir jetzt hier rüber, na, guck, gehst du mal, ja, super, man, los, mach dich nach vorne halt, mach dich nach vorne, so, jetzt ist es unsere Aufgabe, auch die anderen zu treffen, so wie es aussieht. Na, 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 na Oh, doch noch Laser. Ich mach diesen aus. Guck mal, ich kann hier. Zumindest ein bisschen. Weiter. Okay. Oh, halt. Wie schlecht ist das denn? So. Scheiß Ding. Super, kein Wackelisches. Komm schon, wie viele Wäser sind denn hier noch? Irgendwann ist noch mal genug mit der Scheiße. Hier befindet sich. Oh, noch mehr Krabben. Stört doch kein Krabbe. So, wir sind jetzt wo? Toll. Der wird schneller sein. Geh weg. Komm, die nur her. Ja, hab dich da irgendwo in die Wand rein. Warum machen die so viel Dammit, wenn sie gegen den Schienbein fahren? Ich hab da was anfangen. Nein, mit diesem Computer kannst du von mir nicht umgehen. Nein, das ist zu schön gewesen. Ja, was dahinter? So ein Ding. Alter, brauch ich irgendwo zu sparen. Damn, scheiß, ja. Okay, wir haben ja Laser. Oh, toll. Und sie töten mich. Gut, dann fischen wir. Ich weiß nur nicht ganz, wohin. Okay, jetzt von der Sohn. Komm. Hey, noch ein Teil. Gibt es halt hier noch? Ja, ist nicht scheißegal. Ist das das? Hm. Ich bin jetzt... Störb! Störb! Wir werden uns gegenseitig vermischen. Letztes bisschen Laserblick. Jetzt ist das Go Superman Powers. Jetzt ist das Go Superman Powers. Das muss kackt sein. So. Ich nehm dich jetzt hier drauf. Das hört mich. Hm. Das hat noch eine wichtige Rolle spielen. Hm, toll. Ich bin jetzt mal, ich will nicht sagen, wenn ich jetzt halt was. Oh, mein Anschluss hat das Zeit. Interessant. Wo bin ich das hier entlang? Klar, da so. Komm schon. Komm hier jetzt alle her. Lass mich in Ruhe. Schöne. Hey, da waren wir noch so Maschinen-Teile. Cool. Fünf Teile fehlen noch. Ich bin so... Also, Habe. Lass mich in Ruhe krachen. Ich hab' nichts getan. Hm. Okay, ich lass ja hoch da. Mal hochnehmen. Ja, kann ich. Ich bin ganz viel immer so. Nein, selbst nicht dagegen werfen. Wie soll's das? Da, die ist komische Dings, die werfen. Ach, das ist ein Gegner-Portau oder so. Da kommt ja so her. Haha, verstört. Bin ich gut. Bin fast tot. Ah, ich spreche auch mal schnell. So, ich bin jetzt zwei Jahre dahinten. Äh. Food. Nun. Ich hab's zerfört. Können wir jetzt nach Hause gehen? Hm. Gehen wir auch mal nach oben. Hm. Ah, ich hab's ja nicht von Graben verbrügelten, Superman. Die gehören einen Cocktail. Ich hab's ja nicht von mir. Ja. Ja. Ja, ich hab's ja nicht von mir verbrügelten. Ich will das nicht hin. Auch kurz hin. Auch kurz hin. Oh, das heißt ja. Ja, Superman. So, Superman. Sunderding. Hier ist Sunderding. Ah, Superman. Was ist da durch mit dem Riesenschädel? Ui. Stopp. Sehr einfach aber doch effektiv mit Tode. Ich kann es einen Kram auslösen. Einfach was dagegen werfen. Schade, hier gibt es nichts. Oh, ich hoffe, siehe. Oh, ich habe nicht mehr vermögt. Ich muss da mal was passiert, oder? Was ist noch ein Laser? Ah, okay, jetzt darf ich mit diesem komisch Computer gehen. Teleportation, aktiviert, ne, aktiviert, ne. Hm, fünf. Ich behalte jetzt noch jede Aktion nicht übrig. Cool, Teleporter. Noch ein Grund welche. Geschoben. Was ist der Hölle? Ich dachte, du warst tot. Tot. Ich dachte, tot. Ach, da. Hier, was noch so ein Stück ist. Hat es jetzt theoretisch wieder an dieselbe Stelle teleportiert? Und, keine Ahnung, was gemacht. Ja, also, tut mir leid, die ist momentan, ich muss ja nebenbei noch lesen, was ich hier überhaupt mache. Und, ja, bla, eben. Ganz böses bla. Ich mach mal kurz Pause, um zu sehen, was ich machen muss. Bis dann. Okay, ich habe jetzt einen Überblick. Theoretisch. Also, ich stehe hier nach unten. Nach unten, sagte ich. Und hier auch sterbe ich erst mal durch ein kleines Scheißteil. Lass mich in Ruhe. Hier bis hoch, hier bis hoch und töte es. So, wie man es mit Spielzeug macht. Hochheben. Und vermischen. Hier ist ja noch irgendwo so ein super Atem. Oh, Alter. Die sind so verdammt klein. Na, ich hoffe, jemand ganz so schlau für das Dichtbaute. Was? Go. Du musst doch nicht an, Superman. So, jetzt noch den super Atem. So, den brauchen wir. Speichern. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung, glaube ich. Hoffe ich. Und da werden wir dann irgendwas finden. Durch die Vernichtungsmaschine, hoffe ich. Den es ja ein für alle Mal rausbringen wird. Ach so, Maschinen-Teile. Zwei Teile fehlen noch. Teile sind sicher. Das wäre, kann doch gar nicht mehr so lange andauern. Sind doch nur zwei Teile. Ja, bis zum nächsten Part, in dem wir nichts machen will. Äh, wissen, was wir machen sollen. Okay, jetzt nach oben, glaube ich. So wie eben auch. Das ist alles, genau. So, eben. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, sage ich. Ich habe nichts getan. Ah, kleine Kackdinger. Doch nicht? Doch, kleine Kackdinger. Das sage ich ja. Alter, was soll denn der Scheiß? Da, der Piere. Sondern das sind jetzt eine hässliche Maschine. Oh, nur noch ein Teil. Freutet uns. Wuhu. Dann haben wir es geschafft. Ein für alle Mal. Freut euch. Ist ja noch irgendwas. Nein, dann gehen wir jetzt wieder runter. Hui. Wusch. Und fliegen wir jetzt zu dem anderen Wischdinge hin. Wo wir jetzt auch nochmal nach oben gehen. Ich hoffe, das ist richtig. Verdammt, geht nicht nach oben. Witz. Witz. Dann versuchen wir es noch einmal hier. Ja. Ein bisschen anderen Kompfschüter benutzen. Nö. Immer noch mal den. Das ist mir, ob es jetzt geht. Teleportation activated. Cool. Jetzt teleportieren wir uns zurück. Nehme ich an. Ja, du kannst da noch ein bisschen rumspringen. Wenn ich immer noch nicht verstehe, wie den Scheiß uns Schaden machen kann. Weil wir sind Superman. Dem sollte so ein... Raditz. Oh, dem Scheiß egal sein. Äh, verpflichtet sich Superman. Okay, jetzt mal das zu. Hm, doof. Gut, und jetzt. Geschwung. What the hell. Wo sind wir? Mein Gott, das ist ein Trabenbesen. So. Und damit haben wir jetzt das letzte. Das rede ich jetzt vollständig. Kur für das Gerät. Wird mir auch nicht weit. Hey, Superman-Zeichen. Was ist das? Das heißt, das heißt, ich kann natürlich den Computer. Das ist nein. Äh, welcher Computer bitte? Ich muss so eine hübsche Rollleitung, wie anders aussieht. Was mache ich damit? Hm, Kisten. Und Laser. Ähm. Hm. Ich will jetzt zu meiner rechten Computer. Was? Okay, du kannst und pick up the last piece of the device. There is an energy-single-based professor. Talk to him and press B while facing the computer at your right. Ist der Computer? Anscheinend. Was ist so, heller? Was ist so? What? What happened? Du hast gedacht, dass du den Ausgang gefunden hast. Wow. Wow, wow, wow. That's right. You will travel through time. The enemies react in a weird way through time travel. The stupid crabs that could only take you a ridiculous quick amount of energy can now kill you with two hits. Run away from them as quickly as you can. They use teleporters to reach the year 2000. Okay. Hexen. Hm? Hm? 70, 50. Wow. Okay. Nein, töte mich nicht, Krabber. Töte mich nicht. Wo bin ich jetzt hier rein? Ich bin jetzt 25. 20. Kacke. Und hier ist ein Geh? 1775. Alter, hör auf zur Fliegenkabe. Was ist denn der Scheiß jetzt? 18,00? Au. Fuck. Was ist denn der Scheiß? Wissen wir sagen, was ich jetzt? Hä? Sieben. So, wo waren wir? Ich hab's kein Bock gespielt, solange ich die Spiele durchhabe. Und fertig. Waren wir hier drüben schon? Nein, waren wir nicht. Alter. Scheißspielzeug. Kackding. Piss dich. Ah, nerf, 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 nerf. Ich hör das Ganze nicht durchführen. Abspeeden. Bei, zumindest was der Bett. Ah. Ah. Ja. Ich bin schon wieder ganz nach oben. Ah, lass mich in Ruhe, Scheißweg, Roboter. Nein, ich bin nach oben. Ach, das ist doch kacke. Dann fährt das andere Ding. So, wenn du hier jetzt auch drüber stehst, dann kannst du was erleben. Scheißding. Stirb. Stirb. Ich sag dir stirb. Nicht, lass mich sterben. Ich will sterben, so. So, nicht anders. Ah, nein, ich wollte nicht da raus. Kacke. 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 Acht dich nach oben, Superman. Genau so. Oh, Alter. Alter. Was ist das in Ruhe? Ich will euch doch gar nicht tun. Ich will euch nicht. Scheißdinger klauen. Toll, Superman. Vor allem an dem Scheiß ich auch noch. Nee, ernsthaft. Es geht schief. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ne? Ne? So. Einen an. Und gleich wieder aus. Denn ich will ja eigentlich nicht schieten. So. Speichern. Fertig. So. Simpel. Gehört, Welt. Simpel. Ah. Nach unten durchs Ding. Nein, nicht so weit nach unten. Zip. Zip, zip, zip. Jetzt wieder in unseren kleinen Raum. Wo wir den Computer aktivieren werden. Teleportation aktiviert. Uh. Jetzt können wir uns wieder teleportieren. Und jetzt wieder in unseren Kamm getötet. Seine Scheiß. Schöne ab. Scheiße. Schöne ab. Schöne ab. Jetzt geht es mir gar nichts. Das ist das Ding. So. Das Geld ist nun falschständig. Cool. Nehmen wir das Leben auf. So. Wehren wir mit dem Professor. Nehmen wir das zu teilen. Ich aktiviere den Computer. Cool. Und jetzt. Speichern. Ja. Du hast gesagt, das. Wow. What? What? 1800. 1750. Ich bin da wieder rein. Ich kann nicht mehr zurück. Das ist ja interessant. Na. Sag mal. 1800. 1750. Was soll denn der Scheiß? War noch krassend? Ich bin in Ruhe. 1775. Ach. Ich drehe mich hier im. Was soll denn der Scheiß? Lass mich hier in Ruhe. Ich drehe mich hier anscheinend im Kreis, oder? 1775. Gut. Dann testen wir einfach mal aus, welche hier irgendwie sowas bewirken. 1750. Cool. Ich habe mich nicht mehr. Dann. Hier rein. 17. Nice. Okay. Der war es nicht. Gut. Der bringt noch. Der. Der hier. Nein. Auch nicht. Der hier. 1650. Ne. Lass mich hier in Ruhe. Ich bin nicht 1650. Ja. Ne. 16. Kacke. Nein. Ich bin nicht so 1700. Was? Nein. Tot. Ach. Okay. Nee, es war nicht übel. Aber ich werde jetzt diesen nämlichen Vieh benutzen. Weil es geht nur. Es kann doch nicht sein, dass diese Krabben einfach so unendlich viel Dämmel zu machen. Ich werde jetzt einfach mal alles auf unendlich gestellt. So, für das Setze wäre ich hier das wert. 221. 221. 221. 221. Ja, Superman. Das ist nice. Schön, wie du tanzt kannst. 22100. Go. Innovation. Funktioniert nicht. Nice. 2025 Go, geh mich zurück 2075 Kann noch nicht verweilt sein, oder? 2025 Ich guck mal kurz, wo ich Ob da steht, welche Teleporter hier am besten Irgendwas macht 2100 Ja, das ist sehr in der Scheiß, kommt schon Ich komm aus diesem Teleporter raus und schon wäre ich von zwei Das ist mein Kram hier angegriffen Weck mich, weck mich, sag ich Na, da war 2075 Ich glaube, das wird so nichts Ich bin so gemein Ich bin so gemein Ich bin so gemein 2225, ich hab's kein Bock noch, den Scheiß Erhebe dich, Superman Nein, komm, lass mich in Ruhe, Alex, komm Ich hab's schnell weg Nein, super, nein, super, es geht So, ich kann hier immer noch flischen, oder? Warum kann ich da nicht raus? Komm, das ist doch scheiße Toll, toll Dieses Level ist so kacke Was soll denn, dieser Gänse der Weg hier Ja, und du funktionierst nicht War ja klar War ja klar Zeit ist Zeit